Willkommen im Altenheim Heiliggeist Stiftung in Dülmen. Die Grünflächen und Tiere rund um unser Altenheim laden zum Schlendern und Verweilen ein. Unserem gut ausgebildeten Fachpersonal liegt das Wohl unserer Bewohner besonders am Herzen. Durch passgenaue Therapieangebote und ein offenes Ohr sorgen wir für Ihr Wohlergehen. Selbstverständlich können auch andere Services wie ein hauseigener Friseur oder andere Einrichtungen von unseren Bewohnern genutzt werden. Unsere hauseigene Küche gewährleistet eine gesunde und seniorengerechte Ernährung für alle Bewohner. Auch verschiedene Gesundheitsangebote, wie zum Beispiel professionelle Fußpflege und gesellschaftliche Aktivitäten wie Singen und Musizieren, bietet unser Haus regelmäßig an. Bei uns steht das Wohl des Menschen an erster Stelle. Besonders wichtig ist uns eine ausgezeichnete Betreuung, die sich speziell an den Bedürfnissen unserer Bewohner orientiert. Besuchen Sie uns in Dülmen und überzeugen Sie sich selbst.